So Leute, herzlich willkommen, mein Name ist Alexander von Lambort und heute geht es um das Thema Entscheidungen treffen. Beziehungsweise ist es keine Einführung, denn ich muss es kurz machen. Entscheidungen treffen kann man auf viele Art entweisen. Jeder kennt diese Geschichte, man geht in den Wald lang und es stehen zwei Wege zur Verfügung. Der eine Weg ist hart und steil, der andere Weg ist sonnig und eben. Welchen Weg nehmen wir? Und in den nächsten paar Videos werden wir entsprechend klären, wieso es ist wichtig, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, wir werden sehen, was passiert.